Zu offen sein. Kann man zu offen sein? Wäre es klüger, manchmal manches für sich selbst zu behalten? Wäre es klüger, nicht alles mit anderen zu teilen? Diese Frage muss jeder selbst beantworten. Wenn man geliebt werden will für das, was man ist, da ist es gut, offen zu sein. Wenn man Angst hat, dass man den anderen zu schnell verbrellt, wenn man ihm alles sagt, dann ist es klüger, nicht zu offen zu sein. Und vermutlich ist es wichtig, dass man schaut, wem sagt man was, wann und in welcher Reihenfolge.